Ja Freunde, so wie der Videotitel schon verrät, geht es heute wieder um Fahrräder und wo man sie am günstigsten bekommt. Ich habe da mal so ein paar Seiten rausgesucht, auf denen ich es selber schon gekauft habe, zwei Fahrräder. Dort kann man gebrauchte Fahrräder kaufen, dort kann man aber auch neue Fahrräder direkt vom Händler kaufen. Ist so ein bisschen Geheimtipp, der ein oder andere wird sie schon kennen, aber es gibt halt viele Leute, die zuschauen und sich denken, ja komm, hier ein neues Jahr, neue Vorsätze, ich kaufe mir ein Fahrrad und fahre mal ein paar Kilometer. Muss aber jetzt nicht unbedingt ein neues Fahrrad sein. Ich zeige euch gleich die Seiten mal, kurzes Vorwort, es ist immer besser, wenn man so ein bisschen Ahnung hat von einem gebrauchten Fahrrad, damit man so ein paar Fragen stellen kann an den Verkäufer, wie viel das Ding gelaufen hat, ob der Akku noch okay ist, wenn es ein E-Bike sein soll, solche Geschichten halt, ob man da, wenn man ein Mountainbike kauft, ob die Dämpfer mal gemacht wurden oder sowas, ob da dran selber rumgeschraubt wurde oder irgendwie sowas, aber darauf gehe ich gleich weiter ein. Ansonsten, ja, gucken wir uns gleich die Seiten mal an, ich habe da was rausgesucht und würde sagen, auf geht. Ja, erste Einlaufstelle ist die Seite Bicycle, dort habe ich zum Beispiel mein Rennrad gekauft. Man hat hier oben verschiedene Reiter, sag ich mal, da kann man ein bisschen durchklicken, was man so sucht. Ist alles ganz gut aufgeführt, die ganze Seite, gefällt mir relativ gut. Dann gibt es hier die Hotdeals, dort sind dann halt richtig, richtig gute Angebote drin, Rennräder en masse. Also hier kannst du dich wirklich austoben und es ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei. Klicken wir mal einfach auf das Track hier. Also man sieht hier zum einen erstmal, ja, was es für ein Modell ist, von welchem Baujahr, für welche Körpergröße. Dann hat man verschiedene Kaufoptionen, die man hier machen kann und darauf gehe ich jetzt direkt ein. Erstmal Versand an deine Adresse ist schon mal ganz wichtig und du kannst hier verschiedene Services auswählen. Also das Bike wird von einem User verkauft und geht entweder, wenn ihr sagt, nee, ich möchte keinen Service dazu, geht dieses Bike direkt zu euch. Also der User bekommt von Bicycle einen Karton zugeschickt, packt das Fahrrad da rein, Adresse drauf und das Bike geht direkt zu euch. Und er bekommt erst dann das Geld, wenn ihr das hier bestätigt habt, dass ihr das Bike bekommen habt. Ist eine ganz feine Sache, finde ich ganz gut. Ansonsten könnt ihr hier verschiedene Pakete noch dazu buchen. Dann geht das Bike erst nach Bicycle hin und dort wird es von einem Meister komplett überprüft. Dann gibt es nochmal eine Reinigung. Also man sieht hier in diesen verschiedenen Paketen, was dort alles gemacht werden kann. Für 175 Euro Aufpreis habt ihr dann eine professionelle Reinigung, eine Politur, Ultrascheinreinigung. Komplettinspektion ist da mit drin, Entlüftung der Bremsen und Reparaturen bis 50 Euro. Bedeutet, ist hier, was weiß ich, der Tretlager kaputt oder es läuft nicht mehr rund, sagen die, okay, weißt du was, das bauen wir den Neues ein. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann habt ihr hier diesen Carbon-Check, da habt ihr Reparaturen bis 85 Euro. Schon mal eine geile Sache. Ultraschallprüfung der Carbon-Teile, ganz wichtig, falls da mal irgendwie ein Sturz gewesen sein sollte und der Verkäufer verschweigt euch das. Und ihr habt ein Jahr zusätzliche Garantie. Also für 250 Euro kann man das ruhig mal machen, vor allem bei einem Bike von 3000 Euro. Oder ihr sagt, ich gehe hier mit dem letzten Paket, ich gehe komplett auf Nummer sicher, dann habe ich hier zwei Jahre Garantie. Und euch werden direkt die ganzen Verschleißteile werden halt ausgetauscht. Wie gesagt, ich habe damals hier mein Rennrad gekauft. Das war direkt vom Händler. Ich habe mich mit dem in Kontakt gesetzt. Die haben über den Preis verhandelt. War alles ganz easy. Dann habe ich das Bike bezahlt. Die haben mir das zugeschickt. Innerhalb von zwei Tagen hatte ich das Bike da. Das Ding sieht aus wie neu. Logischerweise war ja auch neu. Aber wirklich, hundertprozentig, funktioniert einwandfrei, beste Erfahrungen mit gesammelt. Ich weiß nicht, Leute, wie seht ihr das? Habt ihr da schon mal Erfahrungen mit gesammelt mit der Seite? Könnt ihr was dazu sagen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann können wir uns darüber unterhalten. Würde mich mega freuen. Genau, habt ihr hier einen Käuferschutz und eine Lieferung, mit welchem Versanddienstleister das geliefert wird. Ihr könnt dann nochmal so eine separate Bike-Versicherung hier abschließen. Gegen Diebstahl, Vandalismus und Verschäden. Und kann man machen. Wird natürlich dann den Preis zugerechnet. Verschiedene Bezahlmethoden, ist klar. Alles weitere ist unten erklärt. Ihr habt eine Hilfe, ihr habt ein Rückgaberecht. Ihr habt eine Finanzierung, bezeichnungsweise Leasing. Also Bike-Leasing geht hier auch. Eine Finanzierung über Klana ist das, glaube ich. Oder Paypal-Ratenzahlung geht auch. Ihr könnt das Bike natürlich auch sagen, boah, was, was? Nee, ich will jetzt hier nicht so viel Geld ausgeben für ein Pipapo. Ich will das Bike selber beim Verkäufer abholen. Könnt ihr auch machen. Klickt ihr hier unten drauf. Zack. Und dann könnt ihr das Bike direkt dort beim Verkäufer begutachten und abholen. Und wenn ihr sagt, boah, das sagt mir gar nicht zu, das Fahrrad, dann müsst ihr das nicht kaufen. Ganz einfach. Genau, dann habt ihr hier diese Kontaktadresse von dem Verkäufer. Könnt ihr aufs Profil gehen, eine Frage stellen. Ja, eine Leasing-Anfrage starten direkt. Wie gesagt, dann Lieferung, Garantie, Rücksendung. Könnt ihr euch erstmal durchlesen. Ihr könnt auch direkt unter das Bike eine Frage stellen. Alles ganz nice gemacht. Was ich ganz cool finde, ist, man kann hier ein Gegenangebot stellen. Einfach hier draufgeklickt. So, dann sagst du, weißt du was? Nee, 2.900 Euro ist mir zu viel. Ich bezahle 2.500 Euro. Und dann kannst du das Angebot senden. Er kann es annehmen, kann aber auch sagen, boah, nee, 2.500 Euro ist mir zu wenig. Wir machen, weiß ich nicht, 3.500 Euro ist in der Mitte. 2.700 Euro. Und dann hat man den Deal. Eine astreine Sache. Es gibt verschiedene Bikes. Es gibt so, ja, refurbished. Das bedeutet halt, vom Händler wieder auf Vordermann gebracht. Man kann die Bikes auch sortieren. Wie gesagt, hier unten haben wir jetzt diesen Händler. Man kann aber auch sagen, boah, weißt du was? Ich will ein Mountainbike haben. Man hat da Bock drauf. Man kann hier verschiedene Attribute auswählen, um sich das perfekte Bike dann anzeigen zu lassen. Und hier Verkäufer, wenn du sagst, ja, es wäre schon geil, wenn es vom Händler kommt. Dann weiß ich, da bin ich aber sicher in der Seite. Ich habe einen Ansprechpartner, wenn ich das Bike habe. Dann klickst du hier auf Händler und dann werden dir die ganzen Händler-Bikes angezeigt. Und was ganz geil ist, das Bike wurde für 7.000 Euro eingestellt. Und ist mittlerweile bei 2.500 Euro, weil der Händler das Lager voll hat und will jetzt einfach loswerden. Und 2.500 Euro für ein S-Works Specialized, also das ist schon eine Ansage. Und wenn man vielleicht ein bisschen Geschick hat, dann kann man den Preis nochmal ein bisschen drücken. Es gibt hier mehrere Informationen. Dort wird dann angezeigt, wie das Bike heißt, der Zustand, wie viel das gefahren wurde, weil es ist ja ein Gebrauch-Bike. Es gibt vorherige Besitzer, ob eine Rechnung vorhanden ist, für wen das wichtig ist. Klar, dann hast du die verschiedenen Komponenten, alles was man so braucht. Ja, und dass das Bike halt 11 Kilo wiegt, ja, wunderbar. Kann man sagen, ja, habe ich Interesse daran, kaufe ich mir. Oder sage ich, nee, lass mal sein, ist jetzt nicht so ganz normal. Das ist die Seite Bystekill. Ich habe es jetzt mal grob runtergebrochen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Sollten noch Fragen sein, gerne ab in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram. Schreibt mich persönlich an, ich versuche euch da zu beantworten. Wie gesagt, ich habe hier mein Bike gekauft, hatte keine Probleme, lief alles einwandfrei, 100%ig rabungslos. Ansonsten habe ich noch die Seite, das ist die Seite Bike Exchange. Hier kann man auch verschiedene Fahrräder, aber auch Zubehörteile und solche Sachen ziemlich günstig kaufen. Und hier habe ich zum Beispiel letztens meinen Track gekauft. Ist auch vom Händler, lief auch reibungslos, gar keine Probleme. Wir suchen, was weiß ich, ein E-Bike von 23 und wird sagen, komm, wir nehmen hier das Obera. Selbe Seite, vernünftig aufgebaut. Man kann hier verschiedene Größen auswählen, die Farbe noch. Man kann sich auch, ja, so eine Größe berechnen lassen, die man braucht quasi. Dann sieht man hier, von welchem Händler das verschickt wird. MyBikeStore und die Lieferzeit, wo das Bike abgeholt wird. Und ja, die Produktbeschreibung, was es für ein Bike ist, wie viel Akku es hat, was verbaut ist, Scheibenbremsen. Noch ein paar Spezifikationen, alles so ein bisschen Schaltgruppe und so. Für Leute, die sagen, boah, ich muss alles wissen, was am Bike dran ist. Ich will das maximalste für mein Geld haben. Könnt ihr hier vorbeigucken, guckt euch das alles an. Und dann könnt ihr das Bike auch leasen, über verschiedene Leasingnehmer wieder. Wie Bike Leasing oder, ich weiß nicht, wie die ganzen heißen da, Bike Leasing, Jobrad und so. Da könnt ihr euch das Bike dann holen, genau, Leasinginfrage stellen. Oder macht ihr das einfach in euren Warenkorb, dann könnt ihr da zur Kasse gehen. Hier ist es ein bisschen schwieriger mit Preise verhandeln. Ihr könnt vielleicht versuchen, den Händler anzuschreiben über, ja, über deren E-Mail-Adresse. Oder ihr gebt diesen Namen, MyBikeShop, was das jetzt war, bei Google ein. Und versuch den da anzuschreiben, du würdest gerne dieses und dieses Fahrrad kaufen über BikeExchange, ob er da was am Preis machen kann. Meldet euch ganz einfach an. Zahlungen, könnt ihr verschiedene Zahlungsarten dann auswählen quasi. Und dann wird das Bike zu euch gesendet. Hier könnt ihr auf der Seite, könnt ihr natürlich auch ganz kurz einen Schnapper machen. Also dieses Obera Rise Inlimited Edition kostet hier 4,7. Ich weiß gar nicht, was der normale Preis ist, wenn man es jetzt woanders kauft. 4,7, 4,9, 4,9, 4,7. Alles BikeExchange, genau. Also die scheinen anscheinend den besten Preis zu haben für das Bike. Na, geiles Ding, sieht gut aus. Warum nicht, könnte man machen. Muss man sich ein bisschen auf die Suche begeben hier auf der Seite. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene Teile. Man kann Bremshebeln, man kriegt hier immer so ein bisschen was an guten Preisen raus. Und ja, wie gesagt, ich habe mein Bike hier bestellt, auch reibungslos. Ich habe hinterher bemängelt, dass da ein Kratzer am Rahmen war. Habe mich mit dem Verkäufer da, mit dem Händler in Verbindung gesetzt. Habe gesagt, so und so sieht es aus, da ist ein Kratzer, da ist ein Stück Lack abgeplatzt. Können wir noch was machen? Die haben mir direkt gesagt, wir machen 150 Euro, schicken wir dir zurück. Ich habe gesagt, das ist okay, fertig. Ganz einfach, reibungslos. So muss es auch Fahrrad kaufen sein. Ihr könnt natürlich auch, Leute, ihr könnt natürlich auch sagen, boah, weißt du was, mir ist das Ziel, im Internet zu bestellen, ist mir alles zu kriminell. Ich gehe in den Laden, spreche mit dem Händler, der kann mir das Bike vorführen. Ich kann das alles anfassen, ausprobieren. Kann man natürlich auch machen im Laden, nach einem Rabatt fragen. Die meisten Händler sagen dann, ja, so und so viel Rabatt können wir geben auf dem Bike. Das ist natürlich die einfachste Lösung, wenn man da jemanden vor Ort hat, auf den man zurückgreifen kann. Vor allen Dingen kannst du dann auch einfach da hinfahren mit dem Fahrrad, wenn was dran ist und sagen, hier, dies und das funktioniert nicht richtig, kannst du da mal gucken. Aber für Leute, die sagen, boah, ja, nee, ich bestelle sowieso alles im Internet und für mich kann ich da, habe ich da mehr Auswahl und kann da hier und da ein bisschen was sparen. Warum nicht? Wir gehen uns mal eBay-Kleinanzeigen an. Also hier haben wir das Bike, was wir gerade bei Bike Exchange gefunden haben. Dieses Obera gibt es hier auch, bietet jemand an. Ist neufertig anscheinend, ist die Limited Edition, also genau dasselbe Bike, was wir gerade auch bei Bike Exchange gesucht haben oder gezeigt wurde. Sieht sehr gut aus, anscheinend wurde es nur ganz wenig gefahren, ganz wenig genutzt und der Preis ist nochmal 300 Euro günstiger als bei Bike Exchange. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, aber wie gesagt, ihr kauft die von Privat, deshalb sollte man dann auch vielleicht wissen, was mit dem Bike so passiert ist, ob das wirklich 0 Kilometer gefahren ist oder wirklich nur ganz kurze Strecke, wie es mit dem Akku aussieht und all so eine Geschichte. Also wenn man da gar keine Ahnung hat, könnte es auch hinterher Probleme geben. Zum Beispiel, ihr seid zu Hause, wollt fahren und das Ding geht nicht an. Der Akku ist kaputt, der Motor ist kaputt oder sonst irgendwas. Verschleißteil, Bremsen müssen komplett neu gemacht werden oder sonst irgendwas. Also wenn ihr da wirklich unerfahren seid und dann nehmt jemand mit, sprecht mit jemandem, der da Erfahrungen hat, der schon mal ein E-Bike gekauft hat oder sonst irgendwas oder sich mit Fahrrädern auskennt, der weiß ganz genau, wo so die Schwachstellen sind von so einem Bike und auf was man alles bei einem Gebrauchtfahrradkauf achten muss bei Privat. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind 4.000 Euro weg und das ist halt echt, echt schade. Ja, was man noch am Preis machen könnte, er hat VB geschrieben, bedeutet Verhandlungsbasis, dass man da vielleicht vor Ort noch ein bisschen was handeln kann, mal eine Probefahrt machen kann und vielleicht irgendwie dann doch ins Geschäft kommt. Ja, Freunde, das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Das waren so jetzt meine drei heißen Tipps. Was man wirklich noch machen könnte, wäre Ebay, aber bei Ebay bin ich ganz, ganz vorsichtig. Da wird relativ viel Käse angeboten und man sieht es nur auf dem Bild und hinterher bekommst du da ein Fahrrad, was du überhaupt gar nicht nutzen kannst und dann hast du da richtig Theater. Also da bei Ebay wäre ich ganz vorsichtig. Das wären jetzt so meine drei Seiten, wo ich sagen würde, da würde ich ein Bike kaufen, wenn ich online eins kaufen würde. Ich würde da mal reingucken, mal vergleichen, gucken, was es so gibt. Ansonsten der Händler um die Ecke, einfach hingehen, nachfragen, gucken, was der im Angebot hat und vielleicht ist ja das ein oder andere Angebot dabei. Und ansonsten, wenn es jetzt nicht wirklich jetzt sein muss im Winter, wo die Preise sowieso relativ gut sind bei Fahrrädern, weil wer kommt im Winter ein Fahrrad, außer die Experten, würde ich dann einfach bis im Sommer warten oder bis nächstes Jahr, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss. Einfach gucken, was noch in nächster Zeit kommt und was die Hersteller, Lieferanten für Preise momentan geben oder auch in Zukunft geben werden. Aber man kann immer natürlich abwarten und gucken, dass irgendwas Besseres kommt. Aber im Endeffekt müsst ihr halt selber wissen, was ihr da macht. Ja, Freunde, da sind wir auch schon wieder durch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Oder habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, boah, ja, ey, komm, das wäre vielleicht noch wichtig gewesen und das wäre noch wichtig gewesen. Oder was ist das, wie ist das? Fragt mich einfach in den Kommentaren. Ich antworte euch immer. Das wisst ihr. Und ansonsten, macht's gut. Bis die Tage. Auf Wiedersehen.